Meghan Markles Versuch, in London eine Wohnung in Kensington als Heimatbasis zu sichern, hat Kontroversen ausgelöst und Fragen nach ihren Motiven aufgeworfen. Berichte deuten darauf hin, dass Meghan und Prinz Harry von den Kronländern des Landes verwiesen wurden, eine Entscheidung, die von Prinzessin eine beeinflusst und von König Charles unterstützt wurde. Diese dauerhafte Vertreibung erfolgt, nachdem Meghans Bitte um eine Wohnung in Kensington abgelehnt wurde. Die britische Königsfamilie steht jetzt im Rampenlicht, da Meghan und Harry planen, nach Großbritannien zurückzukehren. Nach Informationen aus Insiderquellen stellt sich Meghan eine Situation vor, in der sie weiterhin den Großteil ihrer Zeit in Los Angeles verbringen, nur gelegentlich in einer geräumigen Wohnung im Kensington Palace wohnen. Sie glaubt, dass diese Anordnung dazu beitragen könnte, ihre Ehe zu reparieren, besonders angesichts der Herausforderungen, denen sie sich in Kalifornien stellen, einschließlich finanzieller Schwierigkeiten. Quelle deutet darauf hin, dass das Paar während einer besonders schwierigen Phase in ihrem Leben eine Rückkehr nach Großbritannien erwägt hat. Es ist jedoch zu beachten, dass die Beziehung von Meghan und Harry zur königlichen Familie angespannt ist, mit begrenztem Kontakt zu König Charles und Prinz William. Sie haben ihre Kritik an der königlichen Institution auf verschiedenen Plattformen deutlich gemacht. König Charles, trotz seiner Liebe zu Harry und seinen Enkeln, soll dazu gezwungen worden sein, das Verbot des Zugangs von Harry und Meghan zu den Kronländern aufrecht zu erhalten. Prinzessin Anne spielte eine bedeutende Rolle bei der Beeinflussung dieser Entscheidung, wie in einem Buch von Omid Skobi detailliert beschrieben wird. Das Buch behauptet, dass Prinzessin Anne die Hauptarchitektin der Vertreibung aus dem Frogmore Cottage war, eine Maßnahme, die von einigen königlichen Fans und Experten unterstützt wird. Prinzessin Anne ist bekannt für ihre Hingabe an Familie und Land und scheut sich nicht, ihre Meinung zu äußern. Ihre Vorhersage von 2018, dass Meghan keine lange Amtszeit als Mitglied der königlichen Familie haben würde, erwies sich als zutreffend, als Meghan und Harry 2020 von ihren Seniorrollen in der königlichen Familie zurücktraten und nach Montecito, Kalifornien, umzogen. Es wird darauf hingewiesen, dass Prinzessin Anne und Prinz Philip auch während Meghans Besuchen von ihrer Hochzeit im Kensington Palace Meghans Wesen durchschauten. Das Misstrauen war gegenseitig, da Meghan nicht mit Anne's Ansatz zu harmonieren schien. In den Augen einiger Beobachter waren die Handlungen von Meghan und Harry, einschließlich der Offenlegung intimer Details sensibler königlicher Ereignisse, unverzeihlich. Ihre angespannte Beziehung zur königlichen Familie und ihre wahrgenommenen Versuche, ihre Verbindung zur Familie für ihren eigenen Vorteil zu nutzen, haben Kontroversen und Kritik genährt.